Und guten Tag. Journal. Der erste. Was haben wir da? Haustiere. Einige Tiere im Land und vielleicht können Haustiere werden. Da. Auch hier. Ja. Ja. Erste Ernte. Erste Farm. Du hast vier Felfritte geerntet. Neue Idee. Ein eigenes Saatgut erhalten. Igarok hat eine neue Idee. Igarok möchte bei der Farmer sprich mit ihm um mehr zu erfahren. Ich sehe hier an. Ich schiebe die Pfeifel. Ich sehe die Pfeifel. Wir suchen das. Die Leute fragen mich, wie bist du so jung geblieben? Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört Fäden zu zählen. Ich weiss nicht, warum nicht mehr Leute daran gedacht haben. Okay, ich bin leider zu alt um die Pflanzen zu kümmern, aber ich denke ich kann immer noch helfen. Wie wäre es, wenn ich ein Pflanzensammel züchten würde? Ich könnte auch Setzlinge züchten. Dann hättest du immer genug, was du anpflanzen kannst. Alle Erden. 6100, da habe ich noch nicht genug gespendet. Die Pflanzensammel sind die Pflanzensammel. Ich bin der Pflanzensammel. Ich bin der Pflanzensammel. Wenn ich nicht gerade etwas baue oder repariere, schafe ich wahrscheinlich. Ja, gut gut. Juk will meine Haare steilen. Ich habe ihm gesagt, dass ich fabelhaft genug bin. Meine Mutter hat versucht mir Schlagzeug beizubringen. Ich tanze lieber zu Musik als sie zu spielen. Rob glaubt tatsächlich, dass seinem Freund einen Stern berührt hat. Im Mond vielleicht. Aber nicht ein Stern. Die sind alle ausgeflogen. Entschuldigung. Das ist wunderbar. Die Musik trifft mitten ins Herz. Ich danke dir. Es macht Spaß, wenn es regnet. Ein paar von uns treffen sich an Pasha her. Du solltest dich uns anschliessen. Hm. Noch nichts mit Tanzen. Ah, da bist du. Was soll ich damit machen? Ich weiss, dass Atta ehemlich E-Bones Aufgaben erledigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wütend sein soll oder nicht. Mach mir einen Hammer. Ich bin auf die Hand. Ich bin auf die Hand. Oh, das ist er. Nein. 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 Ich brauche noch auf die Hand. Ah... Wenn jemand Musik spielt, fängt mein Körper einfach an sich zu bewegen. Warte! Gerald liebt diese langen grünen Dinge, die im Winter wachsen. Ich weiss nicht warum. Bauen. Junge. Interessant ist es. Hier und da ein paar zerbrätsische Schläge mit dem Hammer und dann noch ein wenig Meisten. Ja, bis denn noch. Haupttiere scheinen dieses Gebiet seit Generationen zu meiden. Also müssen meine Wölfe und ich nicht viel tun, um sie fern zu halten. Ich bin nicht sehr gut an den Werkzeug herzustellen. Ich habe einmal eine Handachs gemacht und Ackre hat sie nachgebaut. als ich... ...beschlafen habe. ... 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 Schau ich den Foglu. Der Tori. X. Jawoll. Oder der Oile. Wir wollen einfach noch ein kleines Feuerstein. Und dann können wir noch ein paar Taks machen. Sehr gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nichts kann mich aufwecken, wenn ich einschlafe. Nicht einmal Chucks schnarken. Granatapfel trocknen. Das war's für heute. Ich brauche keine Hilfe, danke. Geh weg. Ja. Ups. Es war ein bisschen früh, aber es hat gelangt. Eigelfisch, neuer Rekord. Auch irgendjemand einen Geburtstag. Oder... Äh... Petit. Petit hat Geburtstag. Äh... Äh... Petit. Petit hat Geburtstag. Du hast meinen Geburtstag krankt. Danke dir. Schon zwei Blumen. Ein Steinhocker. Äh... Die bastelt... Da... Viele Sachen... Töpfe... Du weisst, wo du mich findest, wenn du was brauchst. Ja... Hey, ich bin mit dem Bärtschlein an der Hilfe. Komm wieder in einem Tag. Ja... Ich bin mit dem Bärtschlein. Noch nicht fertig. Danke. Dann fischen wir noch ein bisschen. Mhm. Gerecht. Alligator Fisch, neuer Rekord. Ich frage is dabei leden von Tschürger. Gerechtig auch beim ÖVernherstürmen E finds eine Auslord Exhale. Gerechtigkeit der Sommer goodbye. Gleichesviere immerguliere. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020